Ich überleg grad, wie ich das mach, damit's automatisch ist, weil... Moment, ich hab die Idee, ich hab die Idee, wie ich das regle, ich hab die Idee, wie ich das regle, Moment, ich hab die Idee, das ist ja tausend. Ich geh kurz meine Dings-Farm automatisieren, meine Eier-Farm. Dein Fiat. Uh, der war hart. Wieso? Der hat mir der Seele verletzt. Ja, das tut mir weh, weil ich ein Mini hab. Als Auto. Ja, das würde mich beides wehtun, okay. Doch. Doch, muss man. Was ist der Leib-Behindert? Verdammt, komm, geh durch. Doch! Weißt du was, ich geh gleich zu denen, ich hab keinen Bock mehr zu schreiben. Magst du uns nicht? Nein, der mag mich nicht. Gott sei Dank. Da ist Erde drin, da ist Erde und Kies. Na ja, der ist noch nicht wirklich drüben bei denen. Ich geh gleich echt drüber zu denen. Du bist hier falsch. Was, 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 wo? Du bist hier falsch. Wo, was? Verschwinde. Wo, was? Wo bist du? Wo hast du deine Dierschwerter? Ach, hier holen wir kurz ein Dierschwerter von dir. Ich hab kein Dierschwerter. Mann, scheiß Java! Scheiß Java, ey! Kopfblock durch Java. Ich installier gleich Java neu. Das bringt dir aber auch nichts. Alter. Ja. Drecksviecher. Gibt's überhaupt auf Java. Java ist scheiße. Java ist lustig. Aber ich muss sagen, hier hinten hast du echt schlecht ausgeleuchtet. Ja. Aus Glowstone. Wo bist du überhaupt? Hier und da und überall. Also, auch an deiner Mom. Wenn du gar nicht unter dem Bauen bist, ist es dir zufällig, was am kommen. Ja, die höre ich. Aber ich ignoriere sie, solange sie hier nicht schlafen. Achtung, 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 Achtung. BAM! Ich mach Cam. An. Home Sex Cam. Stirb. Stirb, plötzlich ist Mistvieh. Wie soll das Saison eigentlich die Session gehen? Also insgesamt meine ich jetzt das ganze Projekt. Bis es uns langweilig wird. Nicht die heutige Aufnahme-Session. Nicht die heutige... Ja. Bei mir dauert es noch eine Weile, bis es mir langweilig wird. Ich hab noch genug zu machen. Wie sieht's bei dir aus, Tiberius? Uff, mir wurscht. Komplett wurscht. Ihr könnt euch ja denken, was passiert ist. Wisst ihr was? Ich mach gleich irgendwas anderes. Und was? Nehmen einfach mal ganze 7 GB. Ne, 6. Ich mach erstmal 6, weil mein Rechner sonst gleich noch... Ich denk, nö. Ich hab grad 6 verstanden. Ich find's lustig. Ja, 6 mit TH. Er hat 6 gesagt. Niko, wie alt bist du gleich nochmal? Das willst du gar nicht wissen. Älter als du. Er ist zu alt. Paar Tage vielleicht, ja, ne? Ja, mehr Monate als du. Was? Wie soll das... Ich bin gestorben, nachdem ich ein Disconnect hatte. Ich hab dich gerult, bitch. Alex, weißt du? Manchmal sollte man auch die Fresse halten, wenn du gegen mich redest. Er hat den Skill einfach, dich zu sterben. Oder so. Also ich hab Beschärfe, Effizienz, Beschärfe. Oh, Alter. Das schreckt mich doch nicht so. Das ist hier für Cloud Train. Effizienz, da. Stirb. So, ich setz mich jetzt dran und baue jetzt meine Brücke weiter. Ja, endlich. Ja. Aber zuerst tu ich noch TNT mitnehmen. Ein bisschen TNT, aber nicht von mir, gell? Ich zähl nach. Du stirbst, wenn du klaust. Moment, ein Fasch. Ist. Ja. Ja, Mann. Der hat das Stil. Lecker. Gib mir auch ein Stück ab. Alter. Gerne, Bro. Mit Freunden teilt man immer. Da ist die Bullshit-Kiste. Mann, ich such sie und ich find sie nicht. Moment. Auf was sollen wir jetzt warten? Ich hasse Leute, die alles hyperpolitisch korrekt haben wollen. Überpolitisch korrekt. Warum? Hyperpolitisch. 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 Hyper. Hyper. Schreibt man das irgendwie... Monster... Zeug. Oder so? Oder so? Hyper. So würde ich das aber auch schreiben. Er hat mich auf dem Territorium erschossen. Unter liegt mein Zeug. Der ich heil merke. Der ich heil merke. Oh Mann. Was? Das... Ja. Das er in Vielmacht. Ähm... Hyperius, bitte mal kicken. Nur kicken. Nicht bannen. Nicht kicken. Nur kicken aus Grund... Grund... Ähm... Mord auf anderem Territorium. Alex. Alex ist draufgegangen. Deswegen bist du kein Admin. Wieso? Ich will nur kicken nicht bannen. Ja. Auch deswegen. Einfach nix davon. Weißt du was ich machen könnte? Ich kann Alex auch einfach ans Ende der Welt verbannen. Hey! Das Problem ist, dass Kalli einfach mich auf meinem Grundstück gekillt hat. Und ich hätte offiziell keinen Bock mehr auf irgendwas. Und der hat mein Zeug genommen. Ja, der ist geklaut. Jetzt weißt du wie sich geht. Schau mir jetzt zurück. Mann, ich kann gar nicht mehr spielen, ey. Ganz ehrlich. Oh, Schaut bei Skeptor. Okay. Soll ich bitchen? Bitch. Ich fang an zu bitchen. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Weil der hat mein Zeug. Der hat mein tolles Dia-Schwert und meine tolle verzauerte Rüstung. Ja, du hast ne verzauerte Rüstung? Ja. Du hast ne verzauerte Rüstung? Ja. Warum? Warte, besser gesagt. Kalli hat's jetzt. Ja, der muss sie dir zurückgeben. Ja, dann schreib das mal bitte. Ich wollte was schreiben. Du das doch. Der kippt mich gleich wieder. Ja, schreib's halt einfach in den Chat, meine Fresse. Oh nein, ein Creeper ist direkt vor mir explodiert. Ich hab ein Herz verloren. Ich fang jetzt an zu bitchen, willst du? Warte, ich fang jetzt an zu bitchen. Das ist ja richtig hardcore bitchig. Ich verstehe immer noch nicht, was du damit meinst. Was ich mit bitchen meine? Ich geh in den Channel und schrei die Hucke vor. Nein, das lässt du einfach mal. Mann, ey, hör mal auf! Der Spawn-Camp mich gleich. Nico! Ja? Du hast gesagt, du schützt mich. Ich bin aber bei mir. Ja, ich weiß. Deswegen komme ich ja zu dir, aber ich renne nicht. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich wieder gekillt. Ja, Kalli ist schon hinter mir her. Nico! Ich habe alles, was in meiner Macht steht, getan. Das ist doch fisch! Das bringt gar nix! Alles, was in meiner Macht stand! Hör auf damit, bitte! Ihr seid so nett! Ja, sie mache ich Plan D! Hä, warum ist Kalle bei mir? Wieso? Weil der Spassel ist! Oh, Mann! Hör auf mit dem Shit! Boah, jetzt auf den noch zu sagen, ey, yo, ist Nils zuhause nicht hübsch! Gib mir mal bitte einfach mal nicht! Was willst du noch mal? Achso, ja, gibts, äh... Er ist gestorben, glaube ich, bevor er es sagen konnte. Und zwar in real life! Ja! Ich sterbe nicht in real life! Ich bin unsterblich! Du bist ein Gamer! Du respawnst! Da ist aber einfach ein Fall im Kopf! Das Problem ist, wie es sich hochkommt zu dir, Nigo! Aber da ist ein Skelett direkt vor der Bude Er sagt dem Skelett, dass du das nicht so höflich empfindest Dass es nicht nett von ihm ist Und dass du Scheiße, 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 Scheiße Vor allem, wir erinnern uns zurück Wieso ist dieser Krieg in Brand? Weil ich gesagt hab Ich nage grad Kalle richtig in den Arsch Ich hab's hoch Ich hab deine Rüstung Nur die Rüstung? Ich hab auch ein Schwert gehabt Und das Schwert Ist Kalli grad oben bei dir? Nein, er ist unten bei mir Was? Bis unten? Wenn er schießt, töt ich ihn Ich mach's mit Ansage Wenn er schießt, töt ich ihn Äh, töt ich ihn Kalli macht alles Okay Viel Spaß Ähm Nico, wenn er dich tötet Dann ist es ihm gleich scheißegal, oder? Wirklich, ja Ah komm, der hat's Dreckgeschicht Ähm Was machen die Was macht ihr da unten, bitte? Oh, ich hab einen Teichenbogen Nichts Alter Ah, ich hätt elf Pfeile So, wenig Action muss das auch mal geben Hier bei mir in der Aufnahme Ähm Kill ihn nicht Haushof, verzeichnen Hast du irgendwo einen Bogen überflüssig? Nein, aber dich Du nichts Ich meinte Nico Hast du Holz übrig irgendwo? Ich? Äh, oben Ach, hier ist Bullshit Äh, Crafting Table Was? Bubi will ein Einfach Beef, oder? Wahrscheinlich, ja Die sollen einfach mal versuchen, irgendwas zu bauen Ich glaub, ich bring was Lustiges Die kommen ja durchs Never-Portal, ne? Bist du das da unten? Bist du das unten? Warte, die kommen ja durchs Never-Portal Ich glaub, ich bring was Lustiges Ich mach, ich leg da Sand hin mit TNT drunter Mit Druckplatten drauf Jetzt, jetzt hab ich auch mal Spaß haben Oh, ich hab nicht Kalle sein ganzes Zeug eingesammelt Oh, das ist die Sponsors Muss ich noch schnell hingehen Ähm, also bist du da oben bei meiner Burg? Ja, ja, ich bin das da Gut, dann weiß ich, wen ich abballern darf Mich? Nee Nein, nicht dich Ich meinte eigentlich Kalle Ist der auf dem Weg hier? Ähm, entweder ist er da, oder ich weiß auch nicht wo Das fickt man nicht, aber Das ist doch langweilig Warum fickt ihr nicht? Ähm, glaubst du dort nicht so lange? Ich hab alle dein Zeug gerade Ähm Aha, das ist gut, das ist gut Weil dann werde ich jetzt offiziell auf PvP gehen demnächst Du kannst jetzt schon zu mir kommen und mit mir dann fighten Ich hab deine Rüstung und alles Ähm Ja, beeil dich, weißt du, die kommen vielleicht gleich Wenn ja, weil ich abgeschmiert wäre Wo stehst du denn du? Wo stehst du denn du? Ich steh oben auf deiner Insel drauf Hab immer auf Kalli geballert Mit dem Pfeilen, aber ich bin so schlecht im Aimen Wo ist denn der? Keine Ahnung, entweder der rennt gerade hoch zur Insel Weil er gesehen hat, oh, da kommen Pfeile von irgendwo von oben daher Oder ich hab keine Ahnung Ja, er geht gerade hoch zur Insel Was, Kalli geht hoch zur Insel? Oder bist du das? Ich hab ihn getroffen Oh, das war nice Das war ich Merkt euch, mit uns fickt man auch nicht Ja Geil Draufgegangen Du darfst deinen Scheiß wieder einsammeln Ey, ganz ehrlich Nico, deine Insel ist geil Die perfekte PvP-Insel Die kommen hier entweder Aro mit hochbauen oder fest WTF, zu viele Monster hier Warte Soll ich Kubi, äh, frag mal Kubi, ob er alle, ob er Kalli sein Zeug